Hallo zusammen! Heute werden wir uns die verschiedenen Eigenschaften von Magma anschauen. Dabei werden wir sehen, welchen Einfluss diese Eigenschaften auf unterschiedliche magmatische Phänomene haben. Wir haben bereits im letzten Video gelernt, dass Magma ein Gemisch aus Gesteinsschmelze plus minus Kristallen plus minus Gasblasen ist. Weiter haben wir im Teil zu den Mineralien gesehen, dass Magma über einen bestimmten Temperaturbereich hinweg kristallisiert. Das untere Ende dieses Temperaturbereichs wird durch den Solidus definiert und das obere Ende durch den Liquidus. Bevor wir uns mit den Eigenschaften von Magma genauer beschäftigen, schauen wir uns zuerst mal die chemische Zusammensetzung von Magma an. Es gibt verschiedene Magmen mit unterschiedlichen Zusammensetzungen. Wir geben die Zusammensetzung von Magma in Gewichtsprozent von Oxiden an. Das mit Abstand häufigste Magma auf der Erde hat eine basaltische Zusammensetzung. Wir sehen hier ein Beispiel einer solchen Zusammensetzung. Natürlich haben nicht alle Basalte genau diese Zusammensetzung. Die Zahlen können variieren. Wir sehen, dass wir etwa 50 Gewichtsprozent CO2 haben, etwa 15 Gewichtsprozent Al2O3, 10 Prozent Eisen, 7,5 Prozent MGO, 12 Prozent CaO und etwa 3 Prozent Na2O. Und die restlichen Elemente kommen nur in kleinen Mengen vor. Das basaltische Magma kann entweder zu Gesteine starren mit etwa dieser Zusammensetzung oder es kann sich verändern, bevor es abkühlt. Durch diese Veränderung ändert sich die Zusammensetzung des Magmas, wodurch Magmen mit diesen Zusammensetzungen hier entstehen. Andesitische, dazitische und rhyolitische Magmen. Generell führen diese Veränderungen zu einer Erhöhung des SO2-Gehaltes sowie zu einer Erhöhung der Gehalte von Natrium und Kalium. Dies geht dann auf Kosten von Magnesium, Calcium und Eisen. Deren Gehalte nehmen ab. Wir nennen diesen Prozess der Veränderung des Magmas Differenzierung. Wir werden in einem späteren Video noch genauer darauf zu sprechen kommen. Wir sehen hier ein sogenanntes TAS-Diagramm. TAS steht für Total Alkali vs. Silica. Wir haben hier Silica, also SO2 geplottet und hier das Total der Alkalien, also Na2O plus K2O zusammen. Die einzelnen Felder im Diagramm sind verschiedene Fulkanite, also Gesteine, die entstehen, wenn Lava an der Erdoberfläche erstarrt. Wir sehen hier den Basalt, hier den Andesit, den Dazit und den rhyolit, deren Zusammensetzungen wir vorhin gesehen haben. Wenn der Erdmantel schmilzt, entstehen Basalte mit leicht unterschiedlichen Zusammensetzungen. Wenn es dann zur Differenzierung kommt, kann sich das Magma zum Beispiel vom Basalt her in diese Richtung bewegen und kommt ins Andesitfeld. Wenn dieses Magma dann ausbricht und fest wird, entstehen Fulkanite, die wir Andesit nennen. Wenn das Magma nicht ausbricht, kann es weiter differenzieren zu Dazitischen und rhyolitischen Zusammensetzungen, dann ausbrechen und rhyolite oder Dazite bilden. Das Magma muss aber nicht unbedingt ausbrechen. Es kann auch in der Tiefe erstarren und Plutonite bilden. Diese haben dann andere Namen, aber die gleichen Zusammensetzungen wie die Fulkanite. So nennen wir zum Beispiel den Plutonit, der durch das Abkühlen von basaltischem Magma in der Tiefe entsteht, Gabro. Wenn wir unsere Schmelzzusammensetzungen von vorhin im Taz-Diagramm plotten würden, dann haben wir für den Basalt 49 Gewichtsprozent SCO2 und etwa drei Prozent Alkalien zusammen. Im Taz-Diagramm wären wir also hier bei 49 Gewichtsprozent SCO2, drei Gewichtsprozent totalen Alkalien. Wir wären also schön in der Mitte des Basaltfelds. Wenn wir uns den Andesit anschauen, haben wir 58 Gewichtsprozent SCO2 und etwa 3,5 Gewichtsprozent totalen Alkalien. Wir befinden uns also hier bei 58 Prozent SCO2 und etwa 3,5 Prozent Alkalien. Wir sind also hier im Andesit-Feld. Der Dazit hat etwas mehr als 63 Gewichtsprozent SCO2 und etwa 5 Prozent totalen Alkalien. Wir sind also hier bei 63 Gewichtsprozent SCO2, leicht rechts von dieser Linie und hier oben bei 5 Prozent Alkalien, also knapp im Dazit-Feld. Und zum Schluss der Rhyolit hat 74 Prozent SCO2 und etwa 7 Prozent totale Alkalien. Wir sind also hier bei 74 Prozent SCO2, 7 Prozent totale Alkalien, also hier im Rhyolit-Feld. Wir kommen dann später nochmals zu diesem Tastdiagramm zurück. Und keine Angst, die genauen Zahlen dieses Diagramms und die genauen Zusammensetzung der Gesteine von vorhin müsst ihr natürlich nicht auswendig lernen. Wichtig zu wissen ist aber, dass mit zunehmendem SCO2-Gehalt die Gesteine immer saurer werden. So nennen wir Gesteine mit weniger als 45 Prozent SCO2 ultrabasisch. Gesteine, welche SCO2-Gehalte zwischen 45 und 52 Gewichtsprozent haben, nennen wir basische Gesteine. Danach bis 63 Gewichtsprozent SCO2 folgen die intermediären Gesteine. Und alles, was mehr als 63 Gewichtsprozent SCO2 hat, sind saure Gesteine. Neben Silikatmagmen gibt es auch noch das eine oder andere exotische Magma. Ein Beispiel sind Magmen auf Karbonatbasis, die Gesteine bilden, welche wir Karbonatite nennen. Das dominierende Anion in diesen Magmen ist das Karbonat-Anion anstelle des Silikat-Anions. Wir sehen hier plutonische Karbonatite im Süden Namibias. Der Karbonatit sind diese braunen Bereiche, welche die grossen Blöcke aus Silikatgestein umfliessen. Und hier sehen wir ein Karbonatit im Handstück. Die weissen Kristalle sind Kalzit. Im Moment gibt es nur einen einzigen aktiven Vulkan auf der Erde, der Karbonatitlarven fördert, nämlich den Olduinio Lengai in Tansania. Auf YouTube könnt ihr ein paar interessante Videos zu diesem Vulkan und zu Karbonatitlava finden. Die Lava ist extrem dünnflüssig und schwarz. Das Ganze sieht ziemlich cool aus. Da Karbonatite aber so exotisch sind, werden wir nicht weiter auf sie eingehen. Es reicht, wenn ihr wisst, dass es diese gibt. Wir machen nun weiter mit den verschiedenen Eigenschaften von Magma. Wir haben bereits gelernt, dass Magmen einen Liquidus und einen Solidus haben. Wenn ein Magma abkühlt, dann bilden sich bei der Unterschreitung der Liquidustemperatur die ersten Kristalle. Also die ersten Mineralkörner beginnen dann zu wachsen. Wenn wir den Solidus erreichen, dann kristallisieren die letzten Kristalle bzw. die letzten Mineralkörner. Es ist allerdings nicht so, dass zwischen Liquidus und Solidus die verschiedenen Mineralien alle gleichzeitig kristallisieren. Nehmen wir den Basalt als Beispiel. Er besteht in der Regel aus den Mineralien Olivin, Clinopyroxen und Plagioclas. Beim Unterschreiten der Liquidustemperatur ist es meistens so, dass Olivin als erstes beginnt zu kristallisieren. Während wir kühlen, kristallisiert eine Zeit lang nur Olivin. Danach kommt irgendwann Clinopyroxen dazu und wenn wir noch weiter kühlen, kristallisiert auch Plagioclas mit. Also alle drei Mineralien kristallisieren dann gleichzeitig. Zu Beginn kristallisiert aber nur der Olivin alleine. Damit ein Magma kristallisieren kann, muss es einen gewissen Grad an Unterkühlung aufweisen. Bei der Kristallisation sind zwei Prozesse am Spiel. Einerseits das Wachstum von Kristallen und andererseits die Keimbildung. Die Keime sind die Startkomponenten der Kristalle. Nanometergrosse Minikristalle, die sich in der Schmelze bilden. Jeder Kristall entsteht aus so einem Keim durch den Prozess des Wachstums. Wir sehen hier die Raten des Wachstums und der Keimbildung abhängig vom Grad der Unterkühlung. Bei geringer Unterkühlung ist die Wachstumsrate hoch und die Keimbildungsrate eher niedrig. Wir haben also viel Wachstum, das sich auf wenige Keime verteilt. Folglich bilden wir wenige, aber dafür grosse Kristalle. Bei stärkerer Unterkühlung ist die Wachstumsrate niedriger und dafür die Keimbildungsrate hoch. Dadurch entstehen viele Keime, die nur wenig wachsen. Wir haben also viele, aber dafür kleine Kristalle. Und bei noch stärkerer Unterkühlung ist sowohl die Wachstumsrate wie auch die Keimbildungsrate sehr niedrig. Dadurch ist eine Kristallisation nicht möglich und das Gestein erstarrt zu Glas. Was denkt ihr, wo finden sich in dieser Abbildung die Plutonite und wo die Fulkanite? Die Plutonite kühlen im Erdinnen ziemlich langsam ab. Wir haben also einen geringen Grad an Unterkühlung. Wir bilden daher Gesteine mit wenigen, aber dafür grossen Kristallen. Fulkanite kühlen an der Erdoberfläche ziemlich schnell ab. Der Grad an Unterkühlung ist also hoch. Wir bilden Gesteine mit vielen kleinen, von bloßem Auge oft nicht sichtbaren Kristallen. Und wenn der Grad an Unterkühlung sehr gross ist, bilden wir Glas. Dieser Basalt hat eine Kruste aus Glas. Dieser Teil war an der Luft exponiert und ist somit extrem schnell abgekühlt, wodurch sich hier Glas gebildet hat. Unter der Glaskruste ist der Basalt langsamer abgekühlt, wodurch wir hier kristallines Gestein haben. Glas entsteht bevorzugt bei sehr SCO2 reichen Schmelzzusammensetzungen. So erstarren Rhiolite, das sind die SCO2 reichsten Gesteine, wie wir vorhin gesehen haben. Diese Gesteine erstarren an der Erdoberfläche, oft zu einem Glas namens Obsidian. Wir sehen hier den Big Glass Mountain in Kalifornien, einen riesigen rheolithischen Lavastrom, der vor etwa 1000 Jahren entstand. An der Oberfläche des Lavastroms finden wir viel Obsidian und keine kristallinen Gesteine. Auf dieser Grafik sehen wir Liquidus- und Solidus-Temperaturen einer basaltischen und einer rheolithischen Schmelze, abhängig vom Druck bzw. der Tiefe. Wir sehen, dass Solidus und Liquidus mit dem Druck zunehmen. Weiter sehen wir, dass der Basalt bei höheren Temperaturen kristallisiert als der Rhiolit. Der Basalt kristallisiert etwa zwischen 1200 und 1100 Grad und der Rhiolit zwischen 1100 und etwa 950 Grad. Je SCO2 reicher ein Magma, desto niedriger sein Solidus und sein Liquidus. Andesit und Dazit befinden sich folgendermassen irgendwo hier dazwischen. Übrigens, früher, als die Erde noch viel heisser war, gab es sogenannte komatitische Schmelzen. Deren Larven hatten Temperaturen von etwa 1500 bis 1600 Grad, also noch viel heisser als die Basalte heute. Die Dichte von Magma ist abhängig von Temperatur und Zusammensetzung. Wir sehen hier die Dichte gegen die Temperatur geplottet und hier verschiedene Schmelzzusammensetzungen. Mit zunehmender Temperatur nimmt die Dichte der verschiedenen Magmen jeweils ab. Und mit einer Erhöhung des SCO2-Gehaltes nimmt die Dichte ebenfalls ab. Wir sehen also, dass basaltische Magmen die höchsten Dichten haben und die Dichten dann Richtung Riolit abnehmen. Magma enthält unterschiedliche Mengen an gelöstem Gas, vor allem Wasser. Dazu kommen noch CO2, H2S, SO2, HF, HCl und weitere Gase. Wasser ist aber das mengenmässig häufigste magmatische Gas. Wie viel Gas in einem Magma gelöst sein kann, ist abhängig vom Druck. Diese Grafik zeigt die Löslichkeit von Wasser in basaltischem und in rhyolitischem Magma. Wir sehen, dass die Löslichkeit mit dem Druck zunimmt und in rhyolitischem Magma leicht höher als im basaltischen Magma ist. An der Erdoberfläche ist die Löslichkeit praktisch null. Wenn sich das Magma direkt auf der Kurve befindet, sagt man, dass es mit Wasser gesättigt ist. Die Sättigung ist die maximale lösliche Menge an Wasser. Schauen wir uns als Beispiel ein rhyolitisches Magma in 9 km Tiefe mit einem Wassergehalt von 4 Gewichtsprozent an. In dieser Tiefe könnte das Magma sogar etwa 8 Gewichtsprozent Wasser lösen. Wir haben also halb so viel. Wenn das Magma Richtung Erdoberfläche steigt, bewegt es sich in diese Richtung. In etwa 3 km Tiefe trifft es hier auf die Sättigungskurve. An dieser Stelle ist das Magma nun mit Wasser gesättigt. Wenn wir noch weiter nach oben steigen, kann das Magma nicht mehr das ganze Wasser in Lösung halten. Das Magma ist daher nun übersättigt an Wasser und das Wasser beginnt sich vom Magma zu trennen. Es entstehen Gasblasen, die immer grösser werden, je weiter wir nach oben steigen. Da Wasser in der Gasphase viel mehr Platz braucht als in gelöster Form, steht das Magma plötzlich unter viel grösserem Druck. An der Erdoberfläche kann sich dann dieser Druck in Form von Explosionen entladen. Wir haben im letzten Video ja gesagt, dass Lava entgastes Magma ist. Und hier sehen wir den Grund für dieses Entgasen. An der Erdoberfläche ist praktisch kein Gas löslich in der Schmelze. Folglich entgast das Magma auf seinem Weg nach oben und wird dabei zur Lava. Wasser hat einen interessanten Effekt auf Magma. Es erniedrigt seinen Solidus und seinen Liquidus. Genau gleich wie ein Gemisch aus Salz und Wasser einen niedrigeren Schmelzpunkt als reines Wasser hat, deswegen salzen wir die Strassen im Winter, so hat auch ein Gemisch aus Gesteinsschmelze und Wasser einen niedrigeren Solidus und Liquidus als reine Gesteinsschmelze. Wir sehen hier nochmals das Diagramm mit Solidus und Liquidus von Basalt und Rhyolit. Diese Kurven gelten für wasserfreie Zusammensetzungen. Wenn wir nun dem Basalt Wasser hinzufügen, sieht das Ganze so aus. Wir sehen, dass durch die Zugabe von Wasser Solidus und Liquidus stark erniedrigt werden. Auch sehen wir, dass dieser Effekt mit dem Druck bzw. der Tiefe zunimmt. Könnt ihr euch vorstellen, wieso das der Fall ist? Das liegt daran, dass bei höherem Druck mehr Wasser im Magma löslich ist, wie wir ja vorhin gesehen haben. Je mehr Wasser wir lösen, desto grösser der Effekt des Wassers. Bei Atmosphärendruck ist praktisch kein Wasser im Magma löslich. Folglich treffen hier die gesättigten und die trockenen Kurven aufeinander. Im Fall der rhyolitischen Schmelze ist der Effekt von Wasser sogar noch stärker als beim Basalt. Ein wassergesättigtes rhyolitisches Magma kristallisiert in 20 km Tiefe in einem Temperaturbereich von etwa 650 bis 700 Grad. Die letzte Eigenschaft von Magma, die wir uns ansehen, ist die Viskosität. Die Viskosität beschreibt die Zähigkeit einer Flüssigkeit. Je höher die Viskosität, desto zähflüssiger eine Substanz. Wasser hat zum Beispiel eine sehr niedrige Viskosität. Es ist extrem dünnflüssig und fliesst sehr schnell auseinander. Honig hat eine höhere Viskosität als Wasser. Er ist dickflüssiger. Er fliesst viel langsamer auseinander als Wasser. Wir sehen in dieser Grafik Viskositäten für verschiedene Magmen. Die Viskosität wird in Pascal-Sekunden gemessen. Die genauen Zahlen spielen aber keine Rolle. Wir sehen hier unten den SO2-Gehalt und die entsprechenden Magmen, Riolit, Dacid, Andesid und Basalt. Diese Linie zeigt die Viskositäten der verschiedenen Schmelzzusammensetzungen bei 1400 Grad. Die Viskosität nimmt zu mit zunehmendem SO2-Gehalt. Das heisst, eine basaltische Schmelze hat eine niedrigere Viskosität als eine rhyolitische Schmelze bei der gleichen Temperatur. Wenn die Temperatur abnimmt, nimmt die Viskosität ebenfalls zu. So zeigt diese Linie die Viskosität der verschiedenen Schmelzen bei 1200 Grad. Und diese Viskositäten sind alle höher als die bei 1400 Grad. Und hier sehen wir noch das Gleiche für 1000 Grad, allerdings nur im Riolit-Feld. Wieso geht denn diese Linie nicht weiter in Stazid, Andesid und Basaltfeld? Das liegt daran, dass die anderen Magmen bei 1000 Grad schon vollständig oder teilweise kristallisiert sind. Diese Grafik zeigt nochmals das Gleiche. Hier haben wir Temperatur und hier die Viskosität. Diese Linien sind jeweils die Temperaturbereiche, in denen die jeweiligen Magmen in der Regel vorkommen. Auch hier sehen wir, dass die Viskosität mit abnehmender Temperatur zunimmt. Und sie nimmt ebenfalls zu, wenn wir uns von Basalt Richtung Riolit bewegen. Auf den Abbildungen von vorhin haben wir Viskositäten von Magmen gesehen, welche frei von Kristallen sind. Wenn Magma den Liquidus unterschreitet, dann beginnen Kristalle zu wachsen, welche zu einer starken Erhöhung der Viskosität führen. Auf dieser Grafik sehen wir die Viskosität eines Basalts, der hier auf den Liquidus trifft. Kühlt der Basalt weiter ab, dann bilden sich immer mehr Kristalle, welche zu einer starken Erhöhung der Viskosität führen. Die Viskosität wird ebenfalls beeinflusst von den Gasen im Magma. Wasser erniedrigt die Viskosität von Magma. Diese Grafik zeigt ein Riolit bei 1000 Grad. Wir haben hier die Viskosität und hier den Wassergehalt. Je höher der Wassergehalt, desto niedriger wird die Viskosität des Riolits. Ein Riolit mit 4 Gewichtsprozent Wasser hat eine Viskosität, welche um zwei Grössenordnungen kleiner ist, als die eines wasserfreien Riolits. Wir haben im wasserfreien Fall eine Viskosität von 10 hoch 8 und bei 4 Gewichtsprozent Wasser nur eine Viskosität von 10 hoch 6. Wir haben nun verschiedene Eigenschaften von Magma kennengelernt. Fassen wir diese zum Schluss kurz zusammen. Die meisten Magmen sind Silikatschmelzen. Der SCO2-Gehalt von Magmen variiert zwischen etwa 45 bis 50 Gewichtsprozent SCO2 für basaltische Schmelzen bis zu etwa 75 Gewichtsprozent SCO2 im Fall der Riolitischen Schmelzen. Basaltische Magmen sind die heissesten Magmen. Sie kristallisieren bei den höchsten Temperaturen, während Riolitische Schmelzen bei den niedrigsten Temperaturen kristallisieren. Die Dichten von Magma nehmen von basaltischen Zusammensetzungen zu riolitischen Zusammensetzungen hin ab. Folglich haben Basalte die höchsten Dichten, während Riolite die niedrigsten Dichten haben. Die Löslichkeit von Wasser im Magma ist abhängig vom Druck. Bei Normaldruck an der Erdoberfläche ist praktisch kein Wasser löslich in Magma. In etwa 10 Kilometer Tiefe können wir bis zu 8 Gewichtsprozent Wasser in Magma lösen. Die Viskosität beschreibt die Zähigkeit einer Flüssigkeit. Je höher die Viskosität, desto zähflüssiger ist eine Substanz. Im Fall von Magma ist die Viskosität abhängig von der Temperatur und dem SCO2-Gehalt der Schmelze. Je höher die Temperatur, desto niedriger die Viskosität. Und je höher der SCO2-Gehalt, desto höher die Viskosität. Daher haben die heissesten basaltischen Magmen die niedrigste Viskosität, während die kühlsten Riolitschmelzen die höchste Viskosität haben. Wir haben nun viele Grafiken gesehen. Ihr müsst natürlich die genauen Werte auf diesen Grafiken nicht auswendig lernen. Es reicht, wenn ihr die Grafiken qualitativ beschreiben könnt. Wenn ihr also zum Beispiel wisst, dass die Viskosität eines Basalts mit zunehmender Temperatur abnimmt. Das reicht völlig. Soviel vorerst zu den Eigenschaften von Magma. Wir werden uns im nächsten Video einige praktische Aspekte dieser Eigenschaften ansehen. Bis dann! Wir werden uns im nächsten Video ansehen.